Willkommen zurück zu Amphen, ich bin euer Führer, und ja, wir sollen mit ihr reden, der guten Freya, da redet ihr bald. Sie war die rechte Hand des Generals und hat der Legende nach Tarsis zur Ruhe gebettet. Der Text erwähnt Wächter und vier Gräber, die man besuchen muss, um den Javelin der Dämmerung zu finden. Die Daten sind kaum lesbar, ich versuche noch mehr aus ihnen rauszuholen, während Owen und du die Gräber suchen. Ja, die Gräber habe ich schon im freien Spiel gesehen, muss ich dazu sagen, die habe ich schon gefunden, obwohl ich die Rob-Mission auch gar nicht angenommen habe. Neu, Markierungen zugefegt, Fea hat die Position von der Grabstatt der Legionäre auf deinem Karte markiert, zusammen könnt ihr die Geheimnisse, ja, ok. Neu, Herausforderungen, schließe Herausforderungen eines Legionärs ab, um das Grab betreten zu können, um Münzen zu halten. Ja, außer dann findest du einen Kodex. Ok, dann kommen wir nochmal, äh, was sind das denn die Herausforderungen da? Expedition, oder wie? Wann in die Gräber? Fahrt zum Brum? Ne, verfolgt. Fraktion auch nicht, müsste ja wohl hier sein, ne? Das haben wir schon, Festungen, auch nicht, freies Spiel, die Prüfung von KDF, ach, die wahrscheinlich. Das müssen wir hier noch machen. Kombo auslösen, aha, müssen wir auch mal eine Kombo auslösen, können wir da mal machen. So, hier Weltereignisse, müssen wir noch zwei Stück machen, ok, ist auch nichts. Schatztrum, einiges, ein Schatztrum, klindern anscheinend, und hier, naja, Kampfeliminierung, Ultima Siege, oh, oh. Legendäre Sinker haben wir schon, oh, ok. Dann, wenn wir das mal machen, würde ich mal sagen, was sagt unsere Karte, müsste eigentlich nicht hier noch wieder eine Mission angezeigt bekommen. Eigentlich, ja, aber die Olle darf vorne noch mit uns reden, dann machen wir das mal. Denn wir werden auf jeden Fall ein bisschen was tun müssen, um die Dinger da reinzulöfen. Nach recht, ist das hier für Anzeigen? Haben wir Vertrauensprobleme? Also, die meisten Leute fangen mit Hallo oder wie geht's so an? Hallo? Würden Sie sagen, dass Sie mir vertrauen? Irgendwie schon. Dachte ich mir. Irgendwie fühle ich mich für Ihre Vorbehalte verantwortlich. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich habe beschlossen, Ihnen gegenüber offener zu sein. Ok. Wissen Sie, was Corvus mit Informanten des Dominion macht? Nein, aber es interessiert mich. Wir befragen Sie. Ich hatte eher etwas erwartet, dass wir... Bis Sie uns antworten. Und Sie antworten immer. Immer. Foltern Sie sie? Nein. Wir sind nicht das Dominion. Wir verwenden psychologische Befragungsmethoden, die weitaus wirkungsvoller sind als körperliche Schmerzen. Und was machen Sie dann mit Ihnen? Wie meinen Sie das? Wenn Sie mit der Befragung fertig sind. Wir richten Sie hin. Gut zu wissen. Ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, wie Corvus arbeitet. Und ich möchte Vertrauen aufbauen. Super. Ich melde mich. Aha. Ja gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben heute wieder den Ranger. Ich habe schon noch ein bisschen gespielt gehabt. Muss ich gestehen. Ich habe noch ein bisschen freie Kampagne gespielt. So, Missione. Haben wir keine. Dann müssen wir also freie Kampagne machen. Dann müssen wir noch Aufgaben erledigen. Nahkampfkills brauchen wir noch. Ich glaube, das mit den Welt-Icons ist noch am einfachsten, oder? Wir wollen nicht eigentlich die Kombi, aber die Kombi, zum Beispiel mit dem Stormf, glaube ich. Müssen wir auch schauen, wenn wir da irgendwie so eine Kombi kriegen. Ja, manchmal ist das mit dem Welt-Icons ist noch ein bisschen komisch, weil manchmal erscheinen die einfach nicht. Bis so eine halbe Stunde rumfliegen und es passiert gar nichts. Die Legionäre unterstanden den Befehl von Tarsis. Gut möglich, dass das Absolvieren ihrer Prüfung alle Grabstätten auf einmal öffnet. Alle Grabstätten auf einmal. Alles klar. Ähm. Wie übergehen wir denn? Wir werden das schon sehen. Das ist schon oben. Noch mal da. Was? Silber schließen. In zwei Stunden. Aha. Cool. Danke für die Info-Spiel. Es war letztens, da habe ich die Info bekommen. Es war verschließend in zwei Minuten. Ja, falls machst du diese Typen? Laufen jetzt einfach hier plötzlich rum in dem Spiel nach dem Update? Machen da irgendwie nichts. Ja, bin ich doch. Wollt ihr gerne mal hier gucken, woher ich das... Ding ist denn hier am nächsten. Das hier ist ganz schön weit weg. Das wäre hier eigentlich am nächsten. Von Artina. Das Ding. Ah, hier sehe ich... Oh, wenn ich I drücke, haben wir jetzt das jetzt. Hier sogar. Cool. Wir betrachten mal Y. Das geht natürlich jetzt nicht. Jetzt mal Y. Äh, Herausforderung. Expeditionen. Frischspiel. Dabei hier war Weltereignisse machen. Okay. Dann gucken wir doch mal. Er geht diese Einblendung auch immer mal weg. Mit dem Surfer. Zwei Stunden ist noch eine lange Zeit. Ich habe das verstanden mit dem Surfer. Dann konzentriert es mal wieder, wenn ich das so mache. So, wir versuchen jetzt erstmal noch Weltereignissen. Deswegen, schauen wir mal. Was ist irgendwie das? Gegner. Zum Beispiel eine Waffe. Das wird daneben. Bei euch. Gucken, ob hier noch was ist. Ich brauche noch eine Pistole. So, jetzt müssen wir also echt ernsthaft durch die Meerwelt fliegen und die Weltartmisse suchen. Oder irgendwelche Kombis zu schaffen. Die Flugfischer. Die Flugfischer. Oh ja, die Server. Ich weiß, dass die Server schließt ein Spiel. Was muss ich 50 Mal sagen? Holy shit. Die sind zu nervig. Das ist auch nicht. Oh ja, die. Hier, Leute. Hallo? Ich fliege jetzt mal gegen die Felsen. Hallo? Schorsch den Spezialisten freigeschalten. Ah, endlich. Oh, du bist schon tot. Eins hätten wir. Gut, weiter so. Keins ist keins, ne? Ja. So viel dazu. Und weiter. Noch weiter. Sie machen es uns nicht leicht, oder? Fast geschafft. Wir bist zu Ende. Man darf ja eh nicht Scar töten. Oh, hier kriegen wir da was raus. Das ist gut. Ah, leck. Da hat es auch noch was rausgekommen. Oh, du warst. So. Jetzt war's noch so geil. Da ist hier. Hier haben wir da unsere Minen. Extrem ja weg. Ach, er verschwindet einfach, alles klar. Haha, sie sind auf der Flucht. Gute Arbeit, meine Liebe. Ah. Gut. Sehr schön. Selten ist Ember. Weltereignis abgeschlossen. Und ein blaues Objekt wiederbekommen. Ist nicht doch gut. Ach, hier ist noch mal ein Titan. Gegen kämpft der Titan. Ist doch gar noch. Ja, lassen wir den Titan mal. Ich hatte keine Lust drauf, mich mit dem auseinanderzusetzen. Irgendwelche mal rein. Wollte ich vielleicht noch was zu sagen. Hier kommt jetzt alle zwei Sekunden diese Benachrichtigung. Oh, das wird wahrscheinlich das gleich. Jetzt große Elbe. Auch noch was. Informationen. Gut. Ah, das scheint aber noch gegen ihn zu kämpfen. Oh, ein Schildes. Was? Oha. 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 Höllei Ok, der macht sogar nix aus, wenn ich ihn gegen seinen Function abschieße, ok, aber... Aua, wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Bist du tot? Scheiße, blauer Loot. Sehr schön. So, gute Kiste. Gab's nicht. Hi. So. Wir suchen noch weiteren Feldereignissen. Müsste ja jetzt eigentlich geklappt haben, ne. Expedition, freies Spiel. Komboslöse. Daher auch ein Weltereignis. Aber ich habe nicht genug Weltereignisse gespielt habe, glaube ich. So, andere Straße gestattet. Kommen wir jetzt beim, äh... Siros ist mal da. Ich messe erhöhte Gestalter-Energie-Werte in der Nähe. Ich würde auf die Eier achten, wenn ich du wäre. Warte kurz. Ich empfange Gestalter-Fragmente in der Nähe. Siehst du das? Ja, die Eier achten, das ist doch schön, deswegen. Ich schalte mir die lieber mal aus. So, irgendwo in die Richtung. Ist okay. Oh. Eins hätten wir. Gut, weiter zurück. Ach, hier diese kleinen blauen Teile. So, so. Dann geht jetzt wohl die Action los. So, wir waren gut. Nummer fünf. Und nochmal sechs. So, was ist das denn noch eigentlich? Ah, guck. Da bin ich schon. Ja, du musst mich zeig. Aber leben doch viele von euch. Oh, lol. Danke, Blitz. Wir müssen uns am laggen. Wird viel. So, damit haben wir also die Prüfung endlich fertig. Hm, Expedition. Freispiel. Hä? Ach, hier, die haben wir fertig. Auf jeden Fall, ich wird angegriffen da oben. Auah. Auf jeden Fall. So. Oh. Ups. Äh, ja, jetzt müssen wir noch zu dem... zu dem Grab hier. Ich würde gerne... ...neh... ...neh. Keine dahin, aber... ...zu Porten oder so. Das geht aber einfach nicht. Wer kennt das ja. Ich glaube, jeder haben kann ja. Ist einfach gar nichts. Ist ein paar Lemure. Ah, ich hab mein Ranger-Teil bekommen. Wo auch. Kann das sein. Ist doch schön, wenn man Wasserfall lang fliegt. Aber wird immer gekühlt. Wir können endlich fliegen, theoretisch. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir fliegen eigentlich... ...ganz gut. Wir können uns jetzt langsam mal absen. Wie schießt du auf mich? Ich will dir die Ska. Ja. Ja, ich bin mal ein bisschen... ...hat halt sehr viel Schönen. So, geschehen. Oh, let's be good nochmal. Let's go. So. Der hat wenigstens versucht, ne? Das lustig mit der Pistole einfach. Die läuft so viel ja so lang. Und krieg's dann einfach einen Hornet. Zack. 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 Etbelt. Zack. Na, noch einer. So, zack. Wie er seine Kumpel zu beschützt. Das lässt du in die Tarnia. So, um zu einem Monat. Aber er hat keine Monat. Wie bist du denn hier? Unglaublich. Oh, der ist schon tot. Aber mit diesem Flankieren hat er nicht gerechnet. Blau. Ah, was Blaues. Sehr schön. Gut, so, wir werden eigentlich zu unserem nächsten Ziel, ne? Wir haben hier vielleicht noch was zum Sammeln von Daten oder so. Ne, da gibt es einen Ember. Okay. Oh, noch ein Teil da noch. Auf meinem Platz. Immer diese Blitze. Hm, wenn ich darauf reagieren will. Ich finde es als mystisch. drauf reagieren. Jetzt würdet ihr an Menschlichkeit appellieren. Ich bin ein Lancer. Kein Mensch. So, ähm. Bist du in die Richtung überhaupt? Na, falsche Seite. Bist du in die Richtung? Na? Na ja. Komplett falsch. In diese Richtung müssen wir. Ja. In diese Richtung müssen wir. So. Na gut. Zack. Ich kann mich in das Wasser abkühlen. So. Jetzt müssen wir... Da kann mir der Schluch da nicht folgen. Ui. Wie... Ich bin doch richtig, oder? Ja. Soll ich mal langsam irgendwie... ...n bisschen weiter recht zu halten. Bei mir ist die beste Möglichkeit. Wie zum Beispiel hier. Wie zum Beispiel hier. Tessln hat gefragt, ob wir nach einem verschwundenen Agenten suchen könnten. Letzter bekannter Schrammkopf ist markiert. Putsch. Äh. Wollen wir doch einmal nach einem verschwundenen Agenten gucken. Hm. Okay. Ein Corvus-Agent ist in diesem Gebiet verloren gegangen. Ich lokalisiere den Link. Ska! Pass auf dich auf! Wir kommen zu spät für den Agenten. Es tut mir leid. Ich entsperre den Link und berge so viel wie möglich für Corvus. Achso. Natürlich muss jetzt wieder... Hallo? Man, da bist du nicht gamed. Putsch. 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 Spitzanschläge wieder. Wo kommst du denn her? Ja. Nehmt mal die Pistole. Die ist am besten. Na, wenn ihr nicht kommen wollt, dann nicht, ne. Wo kommst du denn her? Ah, das ist mini für mich. Ja, wieder in Reichweite. Los geht's. Na, die Dialoge. Fast fertig. Dann kann der Tisch wieder so'n dicker. Ja. Wie sollt'n... Ah, sind alle verschwunden, okay. Interessant. Ne, hier. So. 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 Mehr Informationen. Jetzt warte mal, wer das letzte Teil hat. Das brauchen wir. Jochen. Oh. Ja, ich glaube da. Das ist ein bisschen zu tun. Ja, ich bin. Und. Ach. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh. Ich bin. Na komm her Au! Au! Mann, jeden Ich bin so ein bisschen am Arsch Ups So Na, das stimmt Versteht so nicht, ob man sich jetzt nicht mehr wehrt, aber So Das war's Danke dafür So Alles erledigt Hallo, aber immerhin wird die Arbeit nicht in die falschen Händen fallen Wir haben die Position erledigt Yay Ach, mhm Schatz, uhr Leuchtet blau Das ist aber was cooles drin Und wir kriegen Grün und blau, immerhin So, wir müssen einmal nach hinten Umdrehen So So Mal ein bisschen weiter Geh lang Oder? Das war auch nicht Das war zu weit Geh lang Wachtturm So Ne Was machst du da spielen Ja, ich weiß Er war gleich Ich Kann ich einfach durch Oh War doch nicht, aber hey, ist in Ruhe Cool Schatzsuche Oh, dann kommt's sogar Und Glaubst du dir auch ein bisschen was Cool Ja, es gibt mehrere Sachen hier Versteckt Zum Beispiel welche Ruhe niemand finden muss Das sind zehn Stück, glaube ich Von der Welt verteilt Ah, hier kommen wir lang Ah, guck mal Jetzt haben wir sogar einen Questmarker, oder wie? Huiiii Juppa Das ist auch noch was Das ist auch noch was Was haben wir hier? Oh Gesetzlose Was wollt ihr denn alle von mir? Was seid ihr denn alle? Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Das ist mit euch verkehrt Ich mein Nein, die Sachen gönnt euch Nein, die Sachen gönnt euch Nein, die Sachen gönnt euch So Ich glaube, das müssen wir mal in den Nahkampffilzer machen Oh Ja Ja Hä? Hallo? Was war das? Was ist das denn hier? Oh Quatsch Noch mehr? Ach, die Heines Achso Achso Du bist nicht mehr zu ein Legendärer Angsthaft Na dann Wenn ich mir Ich glaube das war's, oder? Achso Was ist das denn? Ich glaube du hast das Grab von Artilia der Scharfschützin gefunden Ich glaube du hast das Grab von Artilia der Scharfschützin gefunden So Okay Komisch Gut, hier haben wir das Grab Und das leuchtet Heißt, wir können wohl da reingehen Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge Also Haut da rein Ciao, ciao War Ja Warum ich einen Blitzer entschlagen konnte Ha